Während den Playoffs gibt es keine Limiten und keine Schmerzen. Der SC Langenthal ist uns ein Gegner im Viertelfinale. Sicher eine harte Nuss, aber dieses Jahr putzen wir sie. Von den geilsten Fans der Swiss League wünschen wir bei jedem Heimspiel eine geile Choreo hier hinten. Und die Unterstützung, die ihr uns schon die ganze Saison gegeben habt. Und mein Wunsch für die Playoffs 2022 mit dem HZ Thurgau ist bei jedem Heimspiel eine volle Güte. Und dass wir am Schluss den Kübel haben. Hopp Thurgau! Hopp Thurgau!